Hallo Kackbratzen! Also sorry, dass ich dich das frage, aber bist du eigentlich ein bisschen dumm? Was hast du gegen Live-Service-Games? Es gibt genug gute Live-Service-Games da draußen. Nur weil du mit deiner unfassbar dummen Rentner-Mentalität die Köpfe der Gamer vergiftest und rumheust, dass früher alles besser war. Es gibt heute immer noch fantastische Games und Remix gibt es auch. Gute meine Fresse, die bitte scheißen! Wenn ihr an Open-World-Auto-Rennspiele denkt, welcher Titel kommt euch da zuerst in den Sinn? The Crew? Burnout Paradise? Oder vielleicht auch My Summer Car? Heute gibt es so viele Titel wie Sand am Meer, mit unendlich tollen Grafiken und natürlich einer hübschen Auswahl an PS-starken Kisten. Aber mit welchen Titel hat alles angefangen? Was war eurer Meinung nach das allererste Open-World-Rennspiel? Ja, die Kackbratze da hinten mit den blauen Haaren? Ja gut, ich sag mal GTA 3. Ich will mal nachsichtig sein. Hättest du jetzt wenigstens Test-Drive 2 gesagt, wäre das noch in Ordnung gewesen. Aber da das junge Pack von heute sich nicht mal daran erinnern kann, was sie zum Frühstück gegessen haben, haben wir im Prinzip eh schon Hopfen und Malz verloren. Wie gesagt wäre Test-Drive 2 jetzt gar nicht so falsch gewesen, denn wir bewegen uns auch zeitlich im richtigen Jahr. Wir sprechen aber heute über den absolut fantastischen Open-World-Racer-Wett, das 1989 für den PC und später auch für den Mac veröffentlicht wurde. Das Spiel war definitiv damals seiner Zeit weit voraus, denn es ermöglichte uns mit einer von vier verschiedenen Korvette durch die Straßen von San Francisco zu rasen. Und das Straßennetz war riesig. Schaut euch nur mal die Karte an, die man damals natürlich in gedruckter Form dem Spiel beilegte. Heute hat man nur ein langweiliges PDF, aber zumindest kann man sich nicht mehr an den scharfen Kanten des Papiers seine Kackbratzen aufschlitzen. Entwickelt wurde der Urvater aller Open-World-Racer von Sphere und Spectrum Holobyte, die auch Titel wie Stunt-Driver oder auch die großartige Folkenserie entwickelten. Später gingen dann einige Entwickler zu EA, wo man sich dann um die Entwicklung von Road Rash kümmerte. Relativ schade ist, dass man zwar eine Version für den Sega Mega Drive geplant, aber dann die Idee doch wieder in die Tonne geworfen hat. Vermutlich hätte man heute weit weniger Schmerzen beim Spielen. Nicht weil vielleicht die Grafik besser gewesen wäre, aber allein schon der Ton, der aus den PC-Lautsprechern wimmert, ist in etwa so schön wie das Geräusch von auf einer Tafel kratzendem Fingernägeln. Das wäre aber auch schon der größte Kritikpunkt des Spiels. Hatte man sich das Spiel damals gekauft, war in der Packung, neben der erwähnten Straßenkarte, auch ein dickes Handbuch enthalten. Das war jetzt aber nicht nur schickes Beiwerk, da man eine Menge über die Geschichte der Corvette erfahren konnte, sondern es war wie es damals üblich war eine Art Kopierschutz. Bevor man nämlich nun durch die Straßen rasen konnte, verlangte das Spiel ein Schlüsselwort, das man auf einer bestimmten Seite des Handbuches suchen und dann eingeben musste. Hatte man blöderweise das Handbuch irgendwie verschlampt, war das Spiel schon schneller vorbei, als es einem lieb war. Heute kann man das Spiel entweder dank einer Sicherheitskopie des Handbuch in Form eines handlichen PDF problemlos starten, oder man findet eine gepatchte Version, in der man nicht gleich zu Beginn von der Polizei nach Eingabe des falschen Passworts aufgehalten wird. Steigen wir aber mal aber zurück hinter das Steuer unserer Corvette. Rein technisch gesehen war Wett vielleicht auch gar nicht das wirklich erste Open-World-Rennspiel. Da habe ich vielleicht ein wenig geflunkert, denn bereits 1986 gab es mit Turbo Esprit auf dem ZX-Spektrum bereits ein Rennspiel mit einer ebenfalls respektablen großen Welt, in der man herumkurven konnte. Allerdings war es dann doch sehr limitiert. Der Unterschied zwischen Wett und Turbo Esprit ist so groß wie Tag und Nacht. Während man auf dem ZX-Spektrum Racer sein Fahrzeug generell nur von hinten betrachten konnte und man das Armaturenbrett nur unschön unter das Spielgeschehen klebte, betrachtete man in Wett das Spiel direkt aus der Cockpit-Perspektive mit einem voll funktionstüchtigen Armaturenbrett. Jedes Knöpfchen, das man betätigen konnte, wurde auch mit einem Lichtlein markiert. Für etwas mehr Überblick konnte man sich auf dem Armaturenbrett auch die Straßenkarte einblenden lassen, sowie den aktuellen Schaden des Autos. Wett war nicht nur ein Racer, sondern mehr oder weniger eine Art Simulation. Wer allzu oft seinen Karren mit anderen Wagen kollidieren ließ oder unsanft die ein oder andere Hauswand knutschte, musste damit rechnen, dass die schicke Corvette früher oder später den Geist aufgeben wird. Man konnte allerdings jederzeit in einer Werkstatt alle Schäden reparieren lassen. Wer vielleicht aber von den Motorgeräuschen schon einen halben Hirnschlag erlitten hat und sich somit nicht mehr in den Straßen zurechtfand, konnte seine Karre aber auch direkt ins Wasser steuern oder eben mit Höchstgeschwindigkeit seinen Wagen komplett zu Schrott fahren, um dann den örtlichen Abschleppdienst um Hilfe rufen zu können. Das Spiel war damit allerdings vorbei und man startete wieder bei seinem Autohändler des Vertrauens. Seinen Wagen zu Schrott oder in die Bucht von San Francisco zu fahren, war aber nicht die einzige Gefahr im Spiel. Wie gesagt war Wett seiner Zeit wirklich um Lichtjahre voraus und so musste man sich auch mit der Polizei herumschlagen. Wer zu auffällig durch die Straßen düste und dabei sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen missachtete, musste damit rechnen, dass die Ordnungshüter einen Strafzettel verpassten. Das Lustige an der Sache ist, dass man sich bei der Kontrolle sogar eine Ausrede aussuchen kann, mit der man seine Amokfahrt begründen konnte. Wie unfassbar cool ist das denn bitte? Es gab zwar auch in Test Drive oder auch 12 Jahre später in Need for Speed Polizisten, aber nach Wett ist niemand mehr auf die Idee gekommen, dass man sich bei der Polizeikontrolle unterhalten kann? Aber damit enden die Innovationen noch nicht. Wett war wohl das erste Spiel, in dem man Fußgänger überfahren konnte. Und das 300 Jahre vor einem GTA 3 oder einem Carmageddon. Natürlich sollte man sich nicht allzu oft dabei erwischen lassen, da man sonst wieder Probleme mit den Ordnungshütern bekommt und außerdem beschädigen sie euer Fahrzeug, was vermutlich noch schlimmer ist. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, was 1989 schon möglich war und mit welcher Grütze man heute so zugeschissen wird, sollten sich die heutigen Entwicklerbutzen den Arsch voll schämen. Dagegen ist sogar das letzte Need for Speed Unbound sogar eine Lachnummer. Die ganze Gameplay-Mechanik macht Wett zum wirklich wahren ersten Open-World-Rennspiel. Turbo Esprit war so gesehen eher ein sehr guter Prototyp. Grundsätzlich geht es in Wett darum, dass man den zeitgenössischen europäischen Rennsportwagenherstellern zeigt, wo der Ziegenbart den Honig hat. Bei seinem Autohändler, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels, hat man insgesamt vier verschiedene Varianten des amerikanischen Straßenrenners zur Verfügung. Da Wett wie gesagt eine beinharte Simulation ist, bietet das Spiel übrigens drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. So ist für jeden Geschmack was dabei, wobei man im leichten Schwierigkeitsgrad wunderbar die Sau rauslassen kann, während im Pro-Modus euer Fahrzeug binnen weniger Augenblicke deutlichen Schaden nehmen wird, was sich auch merklich auf das Fahrverhalten auswirkt. Hat man seine Wahl getroffen, kommt man zum nächsten Bildschirm und wählt seinen Kontrahenten aus. Zur Verfügung stehen hier ein Porsche 928, ein Lamborghini Countach, der Ferrari 512 Testarossa und der legendäre Ferrari F40. Und dann kann's auch schon losgehen. Startet man allerdings dann den Motor, sprengt es einem die Ohren weg, denn die Geräusche, die damals ein PC-Lautsprecher erzeugen konnte, waren weit davon entfernt nur ansatzweise gut zu klingen. Am besten schaltet man den Ton aus und lässt irgendeine Playlist laufen. Wer hier länger als eine Viertelstunde zuhört und keine Spätfolgen davon trägt, hat vermutlich andere Probleme. Es gab zwar damals schon Adlib-Karten, die wurden aber leider nicht unterstützt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Die Grafik mit ihren unschattierten Polygonen haut heute wirklich kein Schwein mehr vom Hocker, aber wir befinden uns immer noch im Jahr 1989, sofern ihr nicht zu oft von der Schaukel geflogen seid und euch das Oberstübchen angestoßen habt. Auch Test Drive 2 hatte damals dieselbe Grafik, aber mit weitaus weniger Details. So blöd es jetzt klingt, aber in Wett hat man wirklich das Gefühl durch San Francisco zu cruisen. Jedes wichtige Bauwerk oder Monument ist enthalten. Einen so hohen Grad an Detail hatten wir vielleicht erst drei Jahre später in einem Car & Driver gesehen, das ich übrigens auch unzählige Stunden rauf und runter gespielt habe. Es hat einfach Spaß gemacht, in einer offenen Welt auf die Tube zu drücken und das ganz ohne Druck so schnell wie möglich von A nach B zu fahren, wie es in jedem anderen gottverdammten Rennspiel üblich war. Und das war auch das Tolle in Wett. Rein theoretisch konnte man nun seinen Kontrahenten Staub fressen lassen, aber wer darauf keinen Bock hatte, konnte auch auf eigene Faust die Stadt erkunden. Der unheimliche Detailreichtum in Wett hatte aber einen Nachteil. Wenn man einen PC hatte, der etwas weniger potent war, lief das Spiel wie eine Diashow. Das war aber kein Wunder, bei der unglaublichen Anzahl an Gebäuden und das alles in 3D. Auf Knopfdruck konnte man die Gebäude auch ausblenden lassen. War dann natürlich nicht mehr so schön, aber wenigstens lief das Spiel flüssig. Hatte man auf der anderen Seite einen PC mit einer mörderschnellen CPU, lief das Spiel auch dementsprechend schnell. So schnell sogar, dass man es dann manuell langsamer stellen musste, damit man nicht alle Millisekunden lang in den Gegenverkehr rauscht. Während man übrigens so lauschig durch die Gegend kurvt, kann man übrigens jede Zeit in einer Art Hubschrauber-Draufsicht wechseln. Das ist zwar ganz lustig, aber insgesamt lässt sich das Spiel somit komplett grausam steuern. Und auch wenn ich mich jetzt wiederholen sollte. Das hier ist ein Rennspiel aus dem Jahr 1989. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie unheimlich cool dieses Spiel vor gut über 30 Jahren war. Da können wirklich die meisten Rennspiele von heute einpacken, obwohl sie eine 12 Millionen Mal hübschere Grafik haben. Aber selbst die beste Grafik kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich unter der Haube eimerweise Scheiße befindet. Und dann gab es in Wett eine weitere saugeile Sache. Es gab sogar einen Mehrspielermodus. Mittels einem Modem oder Nullmodem und zwei PCs konnte man anstatt gegen die KI gegen einen Freund fahren. Und das war damals mehr als abgefahren. Ich weiß, dass das hier ein relativ langes Video für ein Spiel ist, das rein substanziell aus heutiger Sicht nicht wirklich viel zu bieten hat. Aber man muss einfach anerkennen, dass Wett ein Vorreiter aller Open-World-Rennspiele und seiner Zeit wirklich um Millionen Jahre voraus war. Und in einigen Aspekten würde ich sogar so weit gehen, dass es kein anderes Spiel mehr gab, das an diese Qualität herankam. Klar, die Grafik wurde immer besser, aber Grafik ist eben nicht alles. Und wisst ihr, wie viel Speicherplatz dieses Spiel benötigt? 700 fucking 6 Kilobyte. Das ist nicht mal ein gottverdammter MB. Abgesehen davon, dass man heute nach 5 Minuten einen Gehörsturz bekommt, wird dieses Spiel von der heutigen Generation nicht mal mehr vom Arsch angeschaut. Aber wer noch einen Funkenverstand hat, muss dieses Goldstück einfach in Ehren halten. Es ist ein echter Meilenstein der Videospielgeschichte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020